Essen für life! Essen is love! Süß! Hab ich schon! Alter! Nimmst du jetzt? Ja! Scheiße! Schmiel! Hey Manny, da gibt es einen pinken Kackhaufen! Meine Mutter ist auch ein pinker Kackhaufen! So, wir haben Essen gekauft, der hat uns voll verarscht. Ich meinte, das kostet 1 Euro. Wir haben 2 bezahlt für die Dinger hier. Was für das? Da sind 3 Ketten. Da sind 3 solche Schwammelkugeln drin. Geil, wo ist das Fleisch her? Wir haben es... 16.51 Uhr! Ups! Geil, Schweißbein! Lolo! Oh Gott! Wir sind jetzt Bahnhofmesse angelangt. Wir sind erst mal im falschen Zug eingestiegen. Und sind dann erst mal 20 Minuten in Richtung Halle gefahren. Und deswegen sind wir jetzt 12.50 Uhr erst. Also wir sind dann wahrscheinlich 12.55 Uhr da. Wir müssen die Treppe hoch. Wir müssen die Treppe hoch und aufnehmen. Wir müssen die Treppe hoch und aufnehmen. Maren ist weg. Das ist Maren! Ich bin so special! Oh mein Gott! Mareee! Mareee! Olga, wo sind deine Haare? Der totale Kontrast. Yes! Ich muss ein bisschen überzüchern. Ich muss ein bisschen überzüchern. Nicht berühren! Es hat ein Tumor am Kopf. Für was stehen wir denn an? Näher! Ich hab gerade umgeguckt, deswegen. Wir sind auch fast zum Getränke gestorben heute Morgen. Bäh! Biss! Biss! Du stinkst! Biss! Biss! Ist so hübsch? Biss! Biss! Wie ist das das Bisschen? Cme Wasser? Biss! Jst! Piss! Es wird Zeit, dass du morgen noch die Tüten beschlecht hast. Eww! Es wird aber schwer. Wir gehen dann zum Schluss noch mal eine Runde. Was? Oder? Wir gehen am Ende noch mal eine Runde. Was? Deine Mutter, Alter! Hör mir doch jetzt zu! Du! Du kommst halt nicht mit zu mir. Du hast es verschissen. Das ist nur noch bevor man überhaupt in die Glasehalle, also wenn man überhaupt reinläuft. Du kannst deine Fans grüßen. Hey Leute! Hier ist wieder euer Jax-Vlog. Heute bin ich auf der Leipziger Blutmesse mit meinem besten Kumpel Surfers hin. Was macht das denn? Wir haben eine schöne Musik Kunst, eine schöne Musik. Eine schöne Musik, eine kleine Musik-Karina, eine schöne Musik-Klasse, eine schöne Musik-Karte. So, LWM ist jetzt vorbei. Es ist jetzt nur 33. Wir müssen jetzt nur noch anderthalb Stunden auf unserem Zugfahrt nach Hause. Fanns schön. Haben schöne Fotos gemacht. Haben Leute getroffen. Kannst mal stehen bleiben. Das macht mich von deinem... Fannst du so? Voll. Voll? Ja, voll. Aber es war nicht so voll wie letztes Jahr. Heute ist Sonntag. Achso, allgemein. Ja, voll. Halb voll. Und es waren weniger Stände da. Ja, weniger Stände. Es gibt nichts zu erzählen. Wie war die Messe? Was für Leute hast du kennengelernt? Äh... Ich fand dich so toll dieses Jahr. Ja. Komm mal weil. Weil es zu voll war und zu nervig. Ja. Schön knackig auf den Punkt. Ja. 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 Okay, das war jetzt alles. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020